Heinz Bennet, eigentlich Heinrich August Bennet, war ein deutscher Schauspieler. Bennet trat in 110 Filmen auf, am bekanntesten wurde er mit seiner Rolle als jüdischer Theaterdirektor im besetzten Paris in François Trofos Spielfilm Die letzte Metro, der vom Keller aus das Geschehen auf der Bühne leitet. Auch im Theater spielte Bennet eine bestimmende Rolle, von der Fachwelt wurde er als einer der letzten großen, international tätigen Charakterdarsteller des Theaters geschätzt. In der vielschichtigen Darstellung von Einzelgängern, Außenseitern und Narren entfaltete er seine größte Meisterschaft. Vom Kulturbetrieb hielt er sich zeitlebensabseits. Leben Heinz Bennet wurde als sechstes Kind eines Buchhalters geboren. Er besuchte das Gymnasium bis zur Obersekunder und wurde wegen «mangelnden Gehorsams» aus der Hitlerjugend ausgeschlossen. Bennet selbst bezeichnete sich später einmal als «äußerst allergisch gegen Autorität». Bereits als Kind begeisterte sich Bennet nach eigenen Angaben für den Schauspielerberuf, absolvierte aber auf Anraten seiner Eltern von 1938 bis 1939 eine Schlosserlehre, die er nicht beendete. Aus «Naivität» meldete er sich freiwillig zum Wehrdienst und wurde wegen seiner Schlosserlehre zum Bodenpersonal der Luftwaffe eingezogen. Er diente auf einem Fliegerhorst an der Ostsee und spielte dort in der Freizeit mit Kameraden Theater. Theater noch vor Kriegsende legte Bennet eine Eignungsprüfung zum Schauspieler ab. Die eigentliche Schauspielausbildung erhielt Bennet nach dem Krieg von 1945 bis 1946 in Göttingen bei Felix Emmel und Karl Meixner. Sein erstes Engagement hatte er 1947 am Badischen Staatstheater Karlsruhe als Don Carlos. Danach ging er ans Schauspielhaus Bochum, an das Stadttheater Basel, das Theater Bonn, ans Niedersächsischen Staatstheater Hannover und ans Hamburger Thalia Theater, um nur einige Stationen zu nennen. In der deutschen Theaterlandschaft nahm Bennet eine solitäre Stellung ein. Nach seinen Anfängen gehörte er keinem Theaterensemble mehr an. Seine Schauspielkunst galt als so einzigartig, dass er in der Lage war, damit regelmäßig die Bühne zu dominieren. Der Theaterkritiker Gerhard Stadelmeier umschrieb dies als seine Fähigkeit, vom Wesentlichen zum Oberflächlichen aufsteigen zu können, das ungeschönte Innere schließlich mit Eleganz und Witz zu bedecken. Neben seinen Theaterarbeiten in Frankreich und der Schweiz war er häufig an den Münchner Kammerspielen zu sehen. Seine virtuose Persiflage gleich mehrerer Charakterdarsteller wie Will Quattflieg, Fritz Kortner, Gustav Gründens und Bernhard Minetti im Stück Besucher von Botho Strauss unter der Regie von Dieter Dorn begeisterte 1988 Besucher und Kritiker. Er parodierte Kollegen von Quattflieg bis Kortner mit so viel Bosheit und Ehrfurcht, mit so viel Witz, Werbe und Tücke, dass Chargieren und Schmieren zur höchsten Kunst wurde. Der Held als Clown. Selten hat jemand so sparsam übertrieben und zugleich so schamlos untertrieben. Gesten eilten ihren Worten davon, machten sich selbstständig. Seinen letzten Bühnenauftritt hatte er mit einer eigenen Zusammenstellung zweier früher Tschecho-Texte zu dem Solostück Ich bin der Mann meiner Frau. Die Theaterarbeit schätzte er wesentlich mehr als Dreharbeiten. Im Film muss man sein. Man selbst sein. Film kann jeder. Auf der Bühne habe ich alles in der Hand. Dort bestimme ich den Rhythmus. Den Rhythmus seiner Texte übte er öffentlich im Gehen ein, vor der Kamera und auf der Bühne variierte und improvisierte er dann jedes Mal aufs Neue seine Gestik und Aussprache, die er immer sehr präzise artikulierte. Bennet vermittelte auf der Bühne immer einen reflektierten, sachlichen und hochkonzentrierten Eindruck jenseits aller Theatralik. Gleichwohl gab sich Bennet nie ganz zufrieden mit seiner Arbeit, unablässig suchte er nach einem besseren, stimmigeren Ausdruck. Seine Wahrheitssuche umschrieb er einmal damit, dass er kein »Talent zur Selbstzufriedenheit« habe. Die Regisseurin Ute Wieland erlebte dagegen diese Suche positiv, für sie war er als »Schauspieler wie ein neugieriges Kind«, mit Spielfreude und Neugier auf meine Vision. Filme parallel zu seiner Theaterarbeit begann Bennet, ab 1954 regelmäßig im deutschen Fernsehen in Erscheinung zu treten. Er beschränkte sich zunächst auf Theater- und Literaturverfilmungen. Später folgten auch Fernsehserien. In der ersten Staffel der ZDF-Serie »Der Anwalt« spielte er die Titelrolle. 1977 war er unter der Regie von Ingmar Bergmann in »Das Schlangeney« zu sehen, mit dem ihm auch die Theaterarbeit an Per Olof Enquist aus dem Leben der Regenwürmer verband. Bergmann ermutigte ihn, seine Gestik noch mehr auszuarbeiten. Erst durch Bergmann sei es ihm gelungen, sich als Schauspieler anzunehmen und zu lieben. Nach einer Nebenrolle in Costa Gavras »Die Liebe einer Frau« mit Romy Schneider und Yves Montand erhielt er durch seine Sprachkenntnisse auch Angebote im französischen Film. Eine César-Nominierung brachte ihm 1981 François Trofus »Die letzte Metro« ein, in dem er neben Catherine Deneuve und Gérard Depardieu einen jüdischen Theaterleiter spielt, der sich im Paris des Zweiten Weltkriegs vor den Nazis versteckt halten muss. Weitere Rollen unter Andrzej Zulawski, Claude Goreta oder Regie Wagner folgten, wodurch er in Frankreich mitunter populärer war als in Deutschland. Den Bundesfilmpreis gewann Bennet 1989 für Ute Wielands im Jahr der Schildkröte, in dem er als ein 60-jähriger, verwitweter und arbeitsloser Buchhalter eine quirlige Studentin kennenlernt. Bennet blieb während der Dreharbeiten auch privat in der Figur als depressiver Frührentner. In seiner letzten Filmrolle war er 2004 als Sigmund Freud zu sehen, der seine Freundin und spätere Psychoanalytikerin Marie Bonaparte analysierte, eine Urrenkelin des Bruders von Napoleon Bonaparte. Künstlerfamilie Bennet 1963 heiratete Heinz Bennet die Schweizer Tänzerin Paulette Renou, die an der Pariser Oper auftrat. Seine Frau zog sich nach der Geburt der gemeinsamen Kinder Anne und David aus dem Berufsleben zurück und engagierte sich primär familiär. Die Familie lebte gern abgeschieden und spartanisch, in einer Fischerhütte auf Mykonos, einem Bauernhof eines in 2000 Metern Höhe gelegenen Schweizer Bergdorfs sowie in der Stadtwohnung von Diane Bennets Mutter in Lausanne. Tochter und Sohn traten ebenfalls frühzeitig als Schauspieler in Erscheinung, häufig standen sie auch gemeinsam auf der Bühne oder traten zusammen in Filmen auf. In Geissendörfers Drama Die Eltern agierte die gesamte Familie Bennet vor der Kamera und spielte dort das Gegenbild zu einer heilen Familie. Der bekannteste gemeinsame Auftritt war in Volker Schlöndorfs Verfilmung des Bestsellers Die Blechtrommel von Günter Grass. Heinz Bennet stellte einen Gemüsehändler dar, Sohn David hatte die Hauptrolle als kleinwüchsiger Trommler Oscar Mazerat. Anne Bennet tritt seit 1989 auch als Chansongsängerin mit dem Liederzyklus Pour Maman in Deutschland, Österreich, der Schweiz und Frankreich auf. Diane Mansart-Bennet war bis zu ihrem Tod Ende 2010 während der Darbietung dieses Programms ihrer Tochter auf der Bühne präsent. Eine herausragende Theaterproduktion der Familie war Samuel Beckets Endspiel, mit dem Heinz und David Bennet seit 1995 auf Tournee in ganz Europa zu sehen waren. Heinz Bennet bezeichnete dieses Drama als »das Stück meines Lebens«. Von 1997 an bis 2010 war er gemeinsam mit seinem Sohn David auf einer weiteren Tournee unterwegs. Nachdem David Bennet Heiner Müllers Bildbeschreibung auswendig vorgetragen hatte, rezitierte Heinz Bennet Hölderlins Briefroman Hyperion. Seine Begeisterung für Hölderlin äußerte er oft, »an Hölderlin kann man ein Leben lang arbeiten, bis man das Wesentliche trifft. Für mich sind große Texte und große Autoren eine Beglückung. Für mich gibt es keinen Tag ohne Hölderlin. Er isst und bleibt mein Brevier, mein tägliches Brot.« Bennet zog Anfang der 1970er Jahre in die Schweiz, wo er zwischen seinen Engagements und Tourneen bis zu seinem Tode lebte. Die Sommermonate verbrachte die Familie auf Mykonos, da ihnen die Einwohner dort zu Bennets Hochzeit 1963 ein Haus gebaut und geschenkt hatten. Heinz Bennet lebte zuletzt in Pulli, Schweiz. Er starb am 12. Oktober 2011 im Kreise seiner Familie in Lausanne. Beinahe ein Jahr zuvor war seine Frau Diane Bennet am 10. Dezember 2010 mit 82 Jahren gestorben. Rezeption, er hörte früh auf, irgendwo fest dazu zu gehören. Er ist unter den deutschen Schauspielern der größte Freie. Ein Andersspieler, der keinem Haus, vielmehr einer Haltung angehört. Große Schauspieler zeigen ja gewöhnlich gerne, was an Tiefe in ihnen steckt. Sie steigen sozusagen von der Oberfläche hinunter und graben stolz ihre Abgründe aus. Heinz Bennet ging den umgekehrten Weg. Scheint immer zuerst ganz tiefe, Seele, Schmerz, Abgrund, ein nicht ungefährliches Bündel an Anarchie. Dann aber zieht er die Oberfläche über sich wie ein wundervolles Cape, kommt zu sich, kriegt sich in die Gewalt. Er spielt von unten nach oben. Seine Figuren, Wölfe, auf deren Schafspelz allein Verlass ist. Er ist immer ganz geheuer oben. Seine Außenseiter, Sonderlinge, Randexistenzen, Schillers Prinzen, Shakespeares Narren, Schnitzlers Maler, Beckets Clowns haben auf wehtuende Weise Kontenance. Gerhard Stadelmeier, 2011, Bennet spielte vor allem ein inneres Drama. Seine bezaubernden Anflüge von ironischer Melancholie glichen stillen Explosionen. Man könnte Heinz Bennet mit F.U.G. als Star bezeichnen, und tut ihm doch nicht recht. Denn dieser in der persönlichen Begegnung höchst bescheidene Mann, den zugleich eine Aura des Künstlers und Anti-Bourgeois umweht, ist keiner für die Oberfläche. Bei ihm kommt auch der Glamour von innen, aus einem eigensinnigen Charakter, in dem es brennt ohne Rauch. Man spürt nur seine Intensität. Wie seine Komik, die im Schatten der Trauer leuchtet. Peter von Becker, 2011, seine größten Erfolge hatte Bennet, der im Kino auf melancholische Sonderlinge abonniert war, allerdings auf der Bühne. Auch wenn er immer wieder Ausflüge auf die Leinwand unternommen hat, bei Schlöndorf als Chef und Anwalt in die verlorene Ehre der Katharina Blum, oder als Gemüsehändler Gref in die Blechtrommel, jenem Film, der seinen Sohn David berühmt machte. Bennet galt auch jenseits seiner Rollen als Grübler, als schwieriger Asket. Bevor er in den 70er Jahren seinen Durchbruch hatte, bei dem das Kino und das Fernsehen letztlich doch eine Rolle spielten, war er 30 Jahre lang von Bühne zu Bühne gezogen. N.N. 2011, seine präsente Bühnenerotik ist faszinierend. Seine für mich kreativen Störungen und seine absolute Rücksichtslosigkeit, allem und jedem gegenüber, machen ihn als Mitspieler zum Ärgernis. Für mich zum positiven Ärgernis. Er setzt einfach voraus, dass man ihm folgt, wenn er auf seiner Klaviatur grenzenlos spielt. Ich war immer erstaunt, wohin mich die Reise gebracht hat. Gisela Stein, 2001, Auszeichnungen 1981. Nominierung für den César in der Kategorie bester Nebendarsteller für die letzte Metro 1989. Bundesfilmpreis als bester Darsteller für im Jahr der Schildkröte. Serien der Kategorie bester Nebendarsteller für die Zweiggaht in der Kategorie bester Nebendarsteller für die owe denke die Aufteilung hinwegverfolgt. Ver��� ważne und vorhergrain aus Militären.